Yo Leute, ich hab hier was seltsames Da sitzt ein Typ Ist jetzt kein Spoiler oder so Da sitzt halt ein Typ, ja da Ron Chillt hier beim Trevor im Haus drin und hier draußen Da chillt da Ron Und chillt hier mit seiner alten Und jetzt schlage ich den einfach mal Geht das nicht? Ich kann den nicht schlagen, das ist ziemlich uncool Und ich würd sagen, wir haben jetzt Fatty Crew bei GTA Online Die heißt Nostera Crew Was äußerst kreativ ist Wartet Oh toll Und jo Haben wir voll die Crew und ihr könnt da ja beitreten Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert Kein Plan wie hier überhaupt was geht Aber tretet halt bei wenn ihr Bock habt Irgendwie Penis